Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Die Waffen schweigen nun wohl in Armenien, aber dafür ist das, was man Russlands NATO nennen könnte, die CSTO praktisch tot, was sich unmittelbar zeigt, indem sofort Gefechte ausgebrochen sind zwischen den beiden CSTO-Mitgliedern Tadschikistan und Kyrgyzstan. Wie es jetzt aussieht, hat der x-te Waffenstillstand dieses Mal halbwegs funktioniert. Die Waffen schweigen nun wohl in Armenien. Armenien erklärt, dass es bislang mindestens 135 Soldaten als Gefallene zu beklagen hat. Wahrscheinlich werden es noch mehr. Die offiziellen Zahlen sind eben so, dass sie sagen, wir haben noch nicht alles erfasst. Dazu kommen wohl etwa 40 Kriegsgefangene. Aserbaidschan gibt bislang 77 Gefallene an. Die CSTO ist dabei praktisch tot. Der armenische Sicherheitsberater Armeni Gregorian hat gesagt, der Umstand, dass die CSTO nicht angemessen reagiert hat, damit Aserbaidschan's Truppen vollständig vom Territorium der Republik Armenien abgezogen werden, bedeutet, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das heißt, die CSTO hat Armenien nicht dabei geholfen, seine territoriale Integrität zu wahren. Die CSTO, sagt er weiter, habe die natürlich keine wirtschaftlichen Instrumente, aber es gibt militärisch-politische Instrumente, mit denen sich dieses Problem lösen ließe. Auf gut Deutsch, die CSTO könnte den Bündnisfall erklären, Truppen schicken und Aserbaidschan schlicht dazu zwingen, Armenien zu verlassen, entweder durch Druck oder notfalls durch Gewalt. Stattdessen hat die CSTO was anderes geschickt, nämlich eine Beobachtermission, die wir hier sehen. Ob diese drei Mann alle sind oder es noch ein paar weitere gibt, spielt dabei natürlich keine wirkliche Rolle mehr. Der Sprecher des armenischen Parlaments, Alin Simonian, und da zeigt sich, wie sich alles verändert hat, der sagt, die USA hätten die entscheidende Rolle bei dem Waffenstillstand gespielt, nicht etwa Russland. Das heißt, Armenien, was als Klientelstaat der Russen im Allgemeinen verstanden wird, was nach dem allgemeinen Verständnis im russischen Hinterhof ist, dem wurde durch die USA geholfen, nicht etwa durch Russland. Das sagt der eigene Parlamentspräsident. Hier übrigens auch die USA hätten, wie sie an meinen vorherigen Videos gesehen haben, hätten durchaus ein Interesse an einer Eskalation gehabt, haben sich hier aber entschieden zu deeskalieren. Nancy Pelosi, die scheidende Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, wird Armenien auch am Samstag besuchen. Wenn Sie das Video sehen, ist bereits Samstag in Deutschland, also am selben Tag. Im Beisein Putins hat Aliev dazu auch beim Treffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der Shanghai Cooperation Organisation, gesagt, dass er es war, der den Krieg 2020 begonnen habe, um das Bergkarabach-Problem zu lösen und dass es ein Sangesur-Korridor geben sollte. Das ist das hier unten. Dieser Sangesur-Korridor würde de facto dazu führen, dass Armenien von dem Iran abgetrennt würde. Das hier ist eine Exklave von Aserbaidschan. Ich nehme hier die Karte von Raiba, dieser russische Propagandakanal, der in dem Fall allerdings sehr schön ansehnliche Karten macht, wo die Genauigkeit relativ hoch sein sollte. Naktitschevan müsste das heißen, hier diese Exklave und die ist getrennt eben von dem Rest Aserbaidschans durch einen schmalen Korridor, der an der dünsten Seite so in etwa, hier in etwa 27 Kilometer, so mehr oder weniger Breite nur hat. Und dort verlangt Aserbaidschan nun einen Korridor entlang der Südgrenze, denn hier ist ein Grenzfluss, wie Sie sehen können, und an dem entlang gibt es eine Straße auf beiden Seiten im Iran, sowohl im Iran als auch in Armenien. Und diese Straße will Aserbaidschan in seinen Besitz bringen, also nicht etwa nur irgendein Durchfahrtrecht oder so etwas, sondern es will, dass dieser Korridor, der sogenannte Sangesur-Korridor, in seinen Staatsbesitz übergeht. Und das würde Armenien natürlich von dem Iran abschneiden, mit dem es doch relativ gute Beziehungen unterhält. Wenn es ums Territorium geht, hat Armenien erklärt, dass nun die Aserbaidschaner viereinhalb Kilometer von Jarmuk entfernt seien. Das sehen wir hier. Und dabei seien sie entlang der Grenze hier in einer Breite von achteinhalb Kilometer und einer Tiefe von siebeneinhalb Kilometer vorgestoßen. Darüber hinaus seien sie nur noch eineinhalb Kilometer von Nerk in Hand entfernt, das ist hier. Und sie seien auch nur noch eineinhalb Kilometer von Schorza entfernt, das ist hier. Wir haben hier die Karte wieder von Reiber, die hier allerdings nichts zeigt, aber eben dort die anderen Vorstöße. Die Armenier, und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo Armenien sich wieder anhört wie im Zweiten Bergkarabach-Krieg von 2020. Sie erklären nun, alle anderen Angriffe hätten sie abgewehrt und das mag sein, aber sie hätten andere aserbaidschanische Einheiten eingekesselt und die seien nun unter armenischer Feuerkontrolle. Das, wie gesagt, das erinnert daran, dass Armenien einen Sieg nach dem anderen verkündet hat, der sich allerdings näher und näher und näher an das Kerngebiet von Bergkarabach hinzubewegte. Sie haben also gesiegt, während sie immer weiter zurückgedrängt wurden. Das war damals ihre Erklärung. Es gibt ein Video einer armenischen Soldatin, die verstümmelt wurde, deren Körperteile abgetrennt wurden, die ausgezogen wurde und die getötet wurde. Die Tat selbst ist eigentlich auf dem Video nicht zu sehen. Ich habe das Video gesehen und kann daher bestätigen, dass sie sowohl diese Verstümmelung trägt, als auch, dass sie die armenische Uniform trägt. Es ist also davon auszugehen, dass dieses Video authentisch ist. Darüber hinaus, wann, zu welchem Zeitpunkt sie getötet wurde, kann ich in dem Fall natürlich nicht sagen. Theoretisch wäre eine Verstümmelung nach dem Tod denkbar. Dazu war ich nicht in der Lage, dies irgendwie zu verifizieren. Das Video könnte theoretisch auch schon älter sein. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass ich das Video gesehen habe und ich werde Ihnen selbstverständlich diesen Anblick ersparen. Ich habe das gemacht, um diese wilde Aussage bestätigen zu können. Ich sehe keinen Grund, dass sich irgendjemand sonst an dem Anblick einer toten Frau irgendwie ergötzen müsste. Ein aserbaidschanischer Offizieller, und da sehen wir, wie offen man inzwischen damit umgeht hier. Wir haben es hier mit dem Botschafter des Aserbaidschans im Iran zu tun. Der erklärt offen auf Twitter, was erfeiert er den aserbaidschanischen Erfolg und erklärt, sie hätten acht strategische Anhöhen auf über 2400 Meter Höhe erobert. Also hier ganz offen sagt man, wir haben armenisches Staatsgebiet erobert, denn das ist eben das ganz Entscheidende, weshalb es für die CSTO eine absolute Katastrophe ist für Russland. Denn hier geht es nicht um Gefechte in Bergkarabach, die nicht durch die CSTO gedeckt sind. Das ist außerhalb des Bündnisgebietes, sondern das ist innerhalb der CSTO, innerhalb des rechtlichen Staatsgebietes der Republik Armenien. Und dort müsste die CSTO eigentlich helfen, die es aber jetzt nicht tut. Also das ist vergleichbar so, als ob irgendwie die Russen in Litauen einfallen würden und die NATO würde nicht helfen. Das in etwa ist die gleiche Funktion oder wenn Narva in Estland nun durch Russen besetzt würde und die NATO würde einfach nichts machen und nur eine Beobachtermission schicken. Also hier sehen wir wahrscheinlich den de facto Zusammenbruch von Russlands Bündnis, der CSTO, womit die nächste strategische Niederlage Putins in der direkten Folge des Ukraine-Kriegs erfolgt wäre. Doch damit noch nicht alles. Kyrgyzstan und Tatschikistan, die sind beide CSTO-Mitglieder. Die haben nun schwere Grenzgefechte durchgeführt und zwar auch nicht etwa nur an kleinen Punkten, sondern praktisch entlang der gesamten Länge des gemeinsamen Staatsgebietes. Der Konflikt hier ist schon älter, er ist auch letztes Jahr schon einmal aufgeflammt, wieder 2021. Da gibt es immer wieder mal Gefechte, weil das Problem dort ist, dass die Grenze nicht anständig festgelegt ist. Durch aus Sowjetzeiten, die beiden Staaten sind ein Resultat der Sowjets und damit gibt es immer wieder Gefechte darum, wem eigentlich jetzt welches genaue Detail der Grenze gehört. Aber dass es hier nun plötzlich genau zum jetzigen Zeitpunkt ausbricht, ist selbstverständlich kein Zufall. Die Gefechte finden dabei eben, wie gesagt, an der gesamten Länge des Staatsgebietes statt und wir können uns hier Videos anschauen. Das hier ist ein Kampfpanzer, der brennt. Es gibt ein anderes Video, wo man ihn aus der Nähe sieht. Da sind allerdings Leichenteile zu sehen, von daher werde ich Ihnen dieses Video nicht zeigen. Gut und Moment, es gibt noch ein zweites Video, das haben wir hier. Hier sehen wir jetzt, dass die Tajiken auch so weit, die Gefechte so weit waren, dass sie sogar schon kirgysisches Gerät erbeuten konnten. Hier kann man natürlich das noch nicht als Beleg nehmen, dass die Tajiken auf kirgysisches Gebiet vorgedrungen sind und es dort erbeutet haben. Theoretisch wäre es auch möglich, dass es einen kirgysischen Vorstoß gab und der eben im Rahmen dieses Vorstoßes, dieses Fahrzeug erbeutet wurde. Und es ist ein russischer Tigre. Die Kirgistan wirft nun Tajikistan vor, den Konflikt durch das Heranführen schwerer Waffen inklusive Artillerie vorbereitet zu haben. Also, dass es kein spontanes Ausbrechen von Grenzgefechten war, wie es halt in solchen kritischen Situationen vorkommt, dass beide Seiten den Anspruch auf irgendeinen Punkt erheben und zum gleichen Zeitpunkt tauchen Patrouillen dort auf und die beschimpfen sich zunächst und fangen dann das Schießen an. Das wäre zum Beispiel ein typisches Beispiel, wie ein Grenzgefecht beginnt. Aber in einem solchen Fall hat man natürlich nicht vorher schwere Waffen herangeführt. Kirgistan wirft dies nun Tajikistan vor. Erneut ein Hinweis darauf, dass zumindest Kirgistan glaubt, Tajikistan nutzt die jetzige Situation, um militärisch eine Lösung herbeizuführen. Doch damit noch nicht genug. Kirgistan sagt nun, tajikische Soldaten sind auf sein Territorium eingedrungen. Inzwischen ist von fünf Meilen die Rede. Also das sind in etwa neun Kilometer, acht bis neun Kilometer. Hier können wir dann auch nicht mehr um irgendwie ein paar Quadratmeter an der Grenze reden, sondern hier ist ein substanzielles Eindring. Dabei haben sie bereits Ortschaften wohl besetzt und auch Militäreinrichtungen. Kirgistan evakuiert nun 120.000 Zivilisten aus dem Grenzgebiet. Und Tajikistan wirft im Gegenzug dazu den Kirgisien den Einsatz von Bayraktar TB2 vor, die auch dort schon wieder sind, und von Kampfhubschraubern. Kirgisien hat Verluste veröffentlicht. Und zwar sagen sie, sie haben 24 Tote und 87 Verletzte oder Verwundete. Hier ist mir nicht ganz klar, ob das Soldaten sind oder Zivilisten inkludiert. Und Kirgisien gab es eine Sondersitzung des Parlaments und das hat erklärt, wenn die Gefechte nicht bis morgen enden, werde in Kirgisien das Kriegsrecht ausgerufen und die Generalmobilmachung verhängt. Ein Waffenstillstand ist vereinbart, aber so wie die aktuellen Daten sind, was ich so höre, hält der bislang noch nicht. Aktuell gibt es wohl weiterhin Gefechte. Also das könnte sich nun möglicherweise auch zu einem vollwertigen Krieg zwischen beiden Nationen ausweiten. Wir reden jetzt hier von, wenn wir das hier schauen, Kirgisien oder Kirgistan. Ich denke, die beiden Begriffe sind richtig. Und Tajikistan ist hier im Süden davon. Und das Wichtige dabei ist, hier, das Wichtige dabei ist, beide Länder sind nicht nur Teil der CSDU, sondern in beiden Ländern gibt es russische Militärbasen und beide Basen, die also immer als Friedens, die zwar in Tajikistan sind, vor allem viele, die in Richtung Afghanistan gerichtet sind, dort auch um den radikalen Islam zu bekämpfen und die Taliban sozusagen auf der Distanz zu helfen, Tajikistan dabei zu helfen. Aber von beiden Nationen wurden die Garnisonen geschwächt, die jetzt beruhigend hätten eingreifen können. Beide Garnisonen sind signifikant verkleinert worden. Die Rede ist von mindestens 1500 Soldaten, die aus Tajikistan abgezogen wurden und 500 aus Kirgisien oder Kirgistan. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie es jetzt heißt. Ich glaube, beides ist korrekt. 500 sind von dort abgezogen worden, die nun alle in der Ukraine kämpfen. Und da ist genau die gleiche Situation, die wir hier in Armenien hatten. Auch dort ist die Garnison massiv verkleinert worden. Und auch dort ist die Friedenstruppe der Russen in Bergkarabach verkleinert worden, um die Soldaten in der Ukraine einzusetzen. Also hier ein direkter Zusammenhang, der de facto eigentlich das Ende von Russlands Militärbündnis bedeuten sollte, mit all den prognostizierten Konsequenzen, die ich in einem vergangenen Video hier auf diesem Kanal Ihnen vorgestellt habe. Und möglicherweise erleben wir den Ausbruch eines vollen Krieges zwischen Tajikistan und Kirgistan hier. Das war es für heute oder für den Moment. Ich erinnere daran, wir haben für Sie am gleichen Tag den Livestream abends. Geplant ist er für 20 Uhr. Theoretisch könnte er sich auf 21 Uhr verschieben. Aber das sollte ich mindestens zwei Stunden vorher wissen. Dann würde ich Ihnen entsprechend Bescheid geben. Auch an der Stelle möchte ich wieder darauf hinweisen, der Kanal ist natürlich nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die diesen Kanal unterstützen und mir das Ganze überhaupt ermöglichen, dass ich diese Zeit einsetzen kann, dass ich hier auch heute um 21 Uhr abends noch dran sitze und an dem Video sitze. Auch den ganzen Unterstützern dieses Kanals. Ohne Sie wäre das Ganze nicht möglich. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, dann finden Sie die Möglichkeiten dazu in der Beschreibung. Ansonsten natürlich das Übliche. Wenn Sie noch nicht abonniert haben, dann würde es mich natürlich freuen, wenn Sie abonnieren würden und dass Sie hier weitere Videos dieser Art nicht verpassen. Dann abonnieren Sie bitte. Empfehlen Sie den Kanal Freunden und Bekannten weiter, damit er weiter wachsen kann. Vergessen Sie die Glocke nicht, dass Sie künftig keine Videos verpassen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und hinterlassen Sie Kommentare. Was glauben Sie? Glauben Sie, Russland kann tatsächlich die CSTU noch irgendwie retten? Ich habe da meine Zweifel, aber vielleicht sind Sie ja anderer Meinung. Das war es soweit für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.